Hallo, guten Tag. Ich bin Janne. Ich bin Anwältin im Bereich Media Law. Wir arbeiten dort, wo Fernsehen gemacht wird. Wir beraten im Presseäußerungsrecht und den Vermarkter auch in der Rundfunkregulierung. Aber Medienrecht ist noch lange nicht alles, was bei ProSiebenSat.1 gemacht wird. Hallo, ich bin die Sophie. Ich arbeite in Monetization & Tech. Ich beschäftige mich mit der Monetarisierung unserer Geschäftsmodelle, also mit der klassischen Werbezeitvermarktung, aber auch dem Influencer-Geschäft, dem Lizenzgeschäft und dem Musikgeschäft. Hallo, ich bin Elena. Und ich bin Alex. Wir beraten gemeinsam den gesamten Konzern im Kartellrecht. Wir kümmern uns im Wesentlichen darum, dass wir uns im Umgang mit unseren Wettbewerbern und unseren Kunden kartellrechtskonform verhalten. Dazu gehört aber auch, dass wir Ansprechpartner der Wettbewerbsbehörden sind, insbesondere in Europa und Deutschland, dass wir Gesetzgebungsverfahren begleiten, Gerichtsprozesse führen im Kartellrecht und alle unsere KollegInnen im Kartellrechtsschulen. Ich bin Jessica und arbeite als Senior Legal Counsel im Bereich Gesellschaftsrecht M&A. Schwerpunkte meiner Tätigkeit liegen in der Vorbereitung und Begleitung der Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE sowie in der Betreuung sämtlicher Konzerngesellschaften zu allen gesellschaftsrechtlichen Themen. Hi, ich bin Moritz. Ich arbeite für das Data Protection IT Law Team. Wie der Name schon verrät, sind wir hier für alle datenschutzrechtlichen Themen im Konzern zuständig und beraten außerdem in allen IT-Rechtsverträgen, um hier für die Einführung von neuesten Technologien rechtlich beratend zur Seite zu stehen. Mein Name ist Julia und ich leite zwei Abteilungen innerhalb von Legal Affairs. Mit meinem Team Content Licensing bin ich zuständig für die rechtliche Betreuung des Programmlizenzeinkaufs der Gruppe. Und das Legal Unit Management verantwortet sämtliche Freigabe- und Unterschriftsprozesse aller Verträge von Legal Affairs. Hi, ich bin Julius. Ich habe Wirtschaftsrecht studiert, arbeite jetzt als Contract Manager bei ProSiebenSat.1 in der Rechtsabteilung und betreue dort unsere Auftragsproduktionsverträge, die Produktionsfirmen Cheerio und Just Friends und unseren Weltvertrieb, die 7-1 Studios International. Was ich an ProSiebenSat.1 liebe? Die Vielfalt an Aufgaben, kein Tag gleich dem anderen und oft weiß ich morgens nicht, was mich tagsüber beschäftigen wird. Das finde ich super spannend. Dass ich in meinem Job immer wieder mit internationalen Lizenzpartnern verhandle. Die täglich spannenden Anfragen, die während einer laufenden Produktion anfallen. Dass wir auch immer die neuesten Technologien kennenlernen. Stichwort KI. Die Flexibilität in meiner täglichen Arbeit und das Vertrauen, das mir seit meinem ersten Tag entgegengebracht wird. Meine Kolleginnen und Kollegen und die Zusammenarbeit mit ihnen. Dass wir im Unit Management mit Praktikantinnen und Werkstudentinnen zusammenarbeiten und ich dadurch immer wieder neue, spannende, engagierte Kolleginnen kennenlerne. Gute Stimmung im Team und dass wir manchmal auch nach der Arbeit noch Dinge zusammen unternehmen. Definitiv die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Bewirb dich jetzt und komm in unser Team. Wir freuen uns auf dich. Bewirb dich jetzt. WDR 2 2 3 Vielen Dank.